Ich denke, dass wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass wir einen erfolgreichen Fußball gespielt haben, dass wir uns als Mannschaft weiterentwickeln konnten, dass wir von Jahr zu Jahr immer besser geworden sind. Das spricht, glaube ich, für vieles, wenn man da miteinander ins Halbfinale kommt, der Champions League. Das ist einfach ein Turnier, das nicht einfach ist zu gewinnen. Man hat, glaube ich, auch noch nie erlebt, dass eine Mannschaft diesen Titel verteidigen konnte. Deshalb zeigt es auch, dass es viele Kleinigkeiten ausmachen, um dieses Turnier zu gewinnen. Aber ich denke, wir haben in den letzten drei Jahren sehr erfolgreich und guten Fußball gespielt. Das zeichnet natürlich auch sicherlich den Trainer aus. Wenn man dreimal ins Halbfinale kommt, ist es sicherlich etwas Positives. Aber wenn man am Ende dann unterm Strich schaut, ist es einfach nichts. Das ist nicht das, was wir wollen oder wofür wir jeden Tag hart arbeiten. Wir wollen unsere Träume verwirklichen. Die Champions League ist ein Traum von uns allen. Das erwähnen wir jedes Jahr. Deshalb arbeiten wir sehr hart für unsere Träume und versuchen, über die ganze Saison unser Bestes zu geben. Und alles in die Waagschale zu werfen, um am Ende dann ganz oben zu stehen. Und wenn man es dann dreimal in der Hand nicht schafft, ist es sicherlich nicht einfach. Aber wir werden sicherlich wieder aufstehen und nächstes Jahr wieder voll angreifen. Nein, aber das kennt man. Er ist ein Riesentrainer, der sehr viele Erfolge schon gefeiert hat und ein sehr erfolgreicher Trainer ist. Man hat auch sicherlich ein bisschen schon etwas gehört. Und wir freuen uns sicherlich auch schon auf den neuen Trainer. Ja, ich habe jetzt auch nicht so oft die Chance bekommen, mich im Mittelfeld zu beweisen und zu zeigen, dass ich auch diese Position spielen kann. Ich habe sie schon öfter gespielt und habe auch bewiesen, dass ich diese Position gut spielen kann. Ich weiß, dass ich ein Spieler bin, der sehr flexibel ist, der auf mehreren Positionen spielen kann. Und ich versuche dann natürlich der Mannschaft auch zu helfen und mein Bestes auf den Platz zu bringen.